Ich merke das so beim Drehen. Wir haben so viel Spaß und es ist so viel Herz und Seele dabei und man hat es selten, dass man schon während des Drehs so ein Gefühl hat, dass es ein ganz, ganz schöner, besonderer Film wird. Also die Stimmung überträgt sich so.